Musik Liebe Mitbrüder im Priester- und Diakonendienst, verehrte, ehrwürdige Ordensschwestern, Schwestern und Brüder aus allen Zungen, die heute Morgen hier auf dem Roncalli-Platz versammelt sind, das Fronleichnam-Fest, von dem wir in Dankbarkeit bekennen dürfen, dass es über Köln seinen Weg in die Weltkirche nahm und inzwischen Jahr für Jahr auf allen Kontinenten Christen in der Verehrung der Eucharistie zusammenführt, ist weder eine Demonstration noch ein Überbleibsel mittelalterlicher Volksfrömmigkeit. Es ist auch keine Maskerade, auch keine klerikare Modenschau, sondern es ist ein Bekenntnis. Indem wir an diesem Gottesdienst und an der Fronleichnamsprozession teilnehmen, bekennen wir, dass wir hier keine bleibende Städte haben, sondern nach der ewigen Heimat unterwegs sind, dass wir Gott entgegen gehen. Wir bekennen uns zu dem einzig wahren Hirten Jesus Christus, der sich aus Liebe für uns in den Tod gegeben hat. Diese Liebe des guten Hirten ist zeitlich aber nicht auf den Gründonnerstag oder den Karfreitag und räumlich auf den Abendmahlssaal begrenzt. Die Liebe des guten Hirten umfasst alle Zeiten und alle Menschen. So oft wir Eucharistie feiern, verkünden wir den Tod des Herrn, bis er wiederkommt, schreibt der heilige Paulus. Schwestern und Brüder, die Eucharistie ist wirklich die Wegzehrung des pilgernden Gottesvolkes. Wie der alte Bund im Blut des Passchamales gegründet wurde, so wurde der neue Bund im Blut Christi gestiftet. Deshalb ist die Eucharistie die Mitte der Gemeinschaft der Gläubigen, wie das Zweite Vatikanische Konzil es gesagt hat. Der Herr hat während seines öffentlichen Lebens oft mit den Jüngern Mahl gehalten. In der Gemeinschaft dieses Mahles kamen die Jünger ihrem Meister nahe. In der Gemeinschaft des gemeinsamen Essens erfuhren sie immer neu seine Liebe, seine Zuwendung. Ein Mahl jedoch ragt unter allen anderen hervor. Das Christus-Mahl am Abend vor seinem Leiden. Bei diesem Mahl hat Christus seinen bevorstehenden Opfertod nicht nur angekündigt, sondern er hat ihn bereits in Wort und Tat gegenwärtig gesetzt. Indem der Herr sich selbst zur Speise gibt, zeigt er uns seine Erlöserliebe, die sich für uns verzehrt, so wie die Heilige Hostige sich gänzlich von uns verzehren lässt und so tatsächlich zu einer Speise wird, aus der wir leben. Darum bekennen wir uns am heutigen Tag in besonderer Weise und mit uns und mit uns weltweit die Kirche zu Christus als dem einzigen Erlöser, dem alleinigen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist es, der alle Sakramente spendet. Am Altar feiern wir die Eucharistie, zu der alles Tun der Kirche hinstrebt und aus der die Kirche die Kraft zu jedem Dienst empfängt. Die Eucharistie ist deshalb auch Gemeinschaft mit allen, die an demselben Mal teilnehmen. Und darum geht von der Eucharistie eine gemeinschaftsbildende Kraft aus. Wir gehören zusammen, auch wenn wir, wie die Heilige Schrift sagt, von allen Straßen und Gassen gekommen sind, auch wenn wir mehr als uns lieb sein kann, den Armen und Krüppeln, den Lahmen und Blinden gleichen, wie es im Lukas-Evangelium heißt. Am Tisch des Herrn gibt es keinen Unterschied zwischen arm und reich, zwischen gelehrt und nicht gelehrt. Wir alle nehmen in dieser Stunde einander an. jeden, der jetzt neben uns steht, sei es ein Kind, sei es ein Greis, sei es ein Schüler oder sei es ein Professor, sei es ein Gesunder oder sei es ein Kranker. Und wenn wir es nach dem Willen Jesu richtig tun, dann tun wir es, wie der Herr uns auch angenommen hat. Dann tun wir es mit dem Herzen. Beim Heiligen Mahl begegnen wir Christus und diese Begegnung will sich fortsetzen. Das weiß jeder von uns und muss sich fortsetzen hinein zu den Menschen, die wir lieben, daheim in der Familie. Diese Begegnung muss sich fortsetzen an unserem Arbeitsplatz, in alle Berufe, in alle Bereiche des Lebens und der Welt. Unter denen, die von demselben Mahl Essen, darf es keinen geben, der ganz verlassen wäre, der sagen müsste, ich habe keinen Menschen. Schwestern und Brüder, wir leben als Christen aus dem Ewigen, aus dem, was Raum und Zeit überschreitet, aber wir tun das nicht, um der Welt zu entfliehen, Menschen, sondern um der Welt und den Menschen zu dienen. Wenn wir am Fronleichnamsfest durch unsere Straßen ziehen, bekennen wir uns zu diesem christlichen Dienst in der Welt. Christsein ist eben niemals etwas Unverbindliches. Keiner ist dienst entpflichtet. Der Herr hat gesagt, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen und was will ich anders, als dass es brenne. Das ist das eine. Aber da gibt es noch etwas anderes, denn das harte und leidenschaftliche Ankämpfen gegen Armut, Hunger, Krankheit, Unrecht, Ausbeutung, Unfriede ist unsere Pflicht als Christen. Daran erinnern zu dürfen muss am Fronleichnamsfest 2014 erlaubt sein. Wenn ich recht hinhöre auf das, was mir Menschen sagen, was andere mir schreiben, dann ist es in diesem Jahr eines, was allem anderen vorausgeht, dann lese ich, es sei in unseren Tagen, als ob die Welt in Brand geraten sei. Alles sei aus den Fugen geraten im Für und Wider der Streitfragen. Es sei sogar bei Recht und Unrecht gar nicht mehr fair im Wettstreit, sondern alles diene nur der Erniedrigung des Gegners und der gegenseitigen Verteufelung. Gier und Lüge zerstörten, was man früher einmal Gemeinsinn Neudeutsch Common Sense nennt. Und die Menschen sprechen dann auch mit Tränen in den Augen manchmal von dem religiös verbrämten Terror, der wie eine Geißel um diese Welt zieht. Sie sprechen aber auch davon, dass aus tiefstem Hass genährt eine Instrumentalisierung von Ängsten in unseren Tagen geschieht, die in uns das Gebot Christi tötet, den anderen wirklich mit dem Herzen annehmen zu können, ihm wirklich Ja zu sagen. Gut, dass du gerettet bist. Auch gut, dass du hier bist, auch wenn es nicht einfach wird. Das Gebot Christi, dass wir den Nächsten lieben sollen, ist mehr als sieh zu, dass der andere gerade reinkommen darf. Schwestern und Brüder, gerade dann aber, wenn die Dinge so empfunden werden, dann wäre ein voreiliges Resignieren keine fromme Ergebung in die Zulassungen Gottes, sondern Schwäche und Verweigerung des Zeugnisses für Christus. Und so weist uns das von Leichnamsfest 2014 vielleicht stärker noch als in manchem früheren Jahr auf die beiden Grundordnungen hin, in denen sich unser menschliches Leben vollzieht. Die Richtung nach oben zu Christus, dem wir heute unseren Dank öffentlich bekunden und die Richtung zum Nächsten, zum mitmenschlichen Du und zu den irdischen Ordnungen und Wirklichkeiten, in denen sich unser Glaube bewähren muss. Und vergessen wir es nicht, Schwestern und Brüder, der Herr weiß, ob unsere Herzen bei unseren Gebeten und Liedern auf unserem Weg durch die Stadt nur von unseren Lippen oder ob sie auch aus unseren Herzen kommen. 2014 kann man es mal so sagen, wir stehen unter Beobachtung, aber Gott sei Dank, der, der uns hört und der uns sieht, der liebt uns bis zum Tode. Amen.